Andreas Köhler ist bei uns 20 in der Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten für Informationsverarbeitung. Schönen guten Abend. Sie kommen aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt und Sie sind nicht allein hier. Sie haben Begleitung mitgebracht. Wer unterstützt Sie heute? Ich habe einmal meinen Vater mitgebracht und daneben sitzt noch einer meiner besten Freunde. Hallo, guten Abend. Schönen Daumen drücken. Sie kennen unsere Regeln, Sie kennen unsere Sendung. Dann wissen Sie, fünf Sekunden Zeit haben Sie für Frage 1. Leipziger Forscher entschlüsselten das Erbgut des Neandertalers, des Leandertalers, des Expandertalers oder des Palisandertalers. Das ist A, der Neandertaler. Der Neandertaler. Forscher aus Leipzig und den USA des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Haben das Erstgut aus fast 40.000 Jahren alten Knochen entschlüsselt. Und diese Forschung haben insgesamt drei Jahre gedauert, fünf Millionen Euro gekostet und es handelt sich um Neandertaler. Das ist richtig. So viel Geld. Zehn Sekunden für Frage 2. Am 21. September 2008 begann die sogenannte Luther-Kanonade, Luther-Serenade, Luther-Olympiade oder Luther-Dekade. Oh, die Frage möchte ich ganz gerne tauschen. Okay, ist überhaupt gar kein Problem. Die richtige Antwort ist die Luther-Dekade. Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 gilt ja als das entscheidende Datum der Reformation. Sachsen-Anhalt hat die sogenannte Luther-Dekade ausgerufen, die 500 Jahre nach dem Eintreffen Luthers in Wittenberg im September 2008 begann und dann bis zum 500. Jubiläum des Thesenanschlags 2017 geführt wird. Das ist die korrekte Erklärung dafür. Hier ist Ihre Tauschfrage. Der Mittelpunkt Thüringens liegt im Ilm-Kreis bei Pophausen, Rockhausen, Jazzhausen oder Dancehausen? Ich tippe auf Antwort B, Rockhausen. Andreas, die Antwort stimmt. Sie waren sich nicht sicher, ne? Absolut nicht. Dafür wird es jetzt allerdings poppig. Wir schauen uns mal erst einen Film an, ein paar Bilder, die sich auf die nächste Frage beziehen. Und zwar sind es Bilder einer jungen Band. Und ich hoffe, dass Sie diese Band erkennen. Wir sind gerade Newcomer, Polarkreis 18. Ja, in den Charts sehr erfolgreich gewesen. Immer noch. Kommen aus Dresden und waren für viele eine ganz, ganz große Überraschung mit ihrem Hit. Und hier die Frage dazu. Mit welchem Titel stürmte die Dresdner Band Polarkreis 18 die Charts? Gemein, gemein? Allein, allein? Hau rein, hau rein? Oder du Schwein, du Schwein? Also, Polarkreis 18. Habe ich schon mal was von gehört, aber Cete sagt mir auch nichts. Schnell, schnell, schnell. Ich tippe einfach spontan auf C. Welche Musikrichtung hören Sie denn privat? Ich höre Rock, Pop, aber Polarkreis 18. Habe ich noch nicht alles gehört. Von daher sagt mir jetzt eigentlich gar nichts was von. Es wundert mich deshalb, weil es der Song auf Anhieb in die Top Ten geschafft hat, der deutschen Single Charts. Und nach drei Wochen sogar Platz 1 erreicht hat, lief rauf und runter in den Radiostationen. Allein, allein. Allein, allein. Ich dachte, das wissen Sie garantiert. Ach, Mensch. Ich habe noch nicht gehört. Das hat mich ja jetzt überrascht. Sie hören Sie nicht so viel Radio? Es lief rauf und runter. Nee. Bei der Autofahrt höre ich schon Radio oder... Dann immer gerade dann nicht gehört, wenn dieser Titel lief. Aber egal. Ärgern Sie sich nicht. Dabei sein ist alles. Der Olympische Gedanke zählt. Und wir lassen Sie nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Auch für Sie gibt es das Geschichtswissen rund um Mitteldeutschland. Sieben Folgen von dieser Fernsehreihe. Und dazu auch noch ein Buch. Und das können Sie mit nach Hause nehmen. Und genießen Sie es, wenn Sie es dritt rumblättern. Aber es war schön, dass Sie da waren. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein kurzer Spaß, aber wenn es Spaß gemacht hat, schön. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Wir geben sich ja heute die Kandidaten die Klinke in die Hand. Das ist ja unglaublich. So wie ein Ameisenhaufen hier. Weiter geht es jetzt mit unserem nächsten Kandidaten. Vielen Dank. Vielen Dank.